Raus hier, bevor der Fettsack kapiert, dass sie kurz gerade die Pläne seiner behämmernden Maschine entdecken. Fettsack, ja? Ich würde mein letzten Wort sorgfältiger wählen. Was ist das? Wer ist da? Hast du noch einen letzten Wunsch? Da drüben, da bin ich sicher. Das glaube ich nicht. Und damit begrüße ich euch herzlich zu einer weiteren Folge von Donkey Kong 64. Wir sind angelangt in der letzten Welt, dem Creepy Castle. Oder im deutschen Kamikaze Castle. Ja, was soll ich sagen? Diese Welt hier ist für mich die unbekannteste. Mehr kann ich dazu an ihm sagen. Ich glaube, dass dieses Tor da oben sich irgendwie noch öffnet. Mehr weiß ich aber auch nicht. So, wir haben hier irgendeinen Baum. Und hier haben wir erstmal eine Donkey-Platte. Ah, ich mach mich selbst hier. Wie blut bin ich denn? Ah, okay. Äh, was? Was ist denn da los? Okay, es gibt 100 verschiedene, äh, Dinger. Alles klar. Was ist das gerade? Hä? Und da hinten komme ich nicht mal hin? So. Ich glaube, das hier ist sogar das Letzte jetzt, ne? Gibt's ja auch Bananen. Ach Gott, das war ja komplett vorbei. Hä? Hä? Ich hab doch gar nicht gedrückt gerade. Das habt ihr alle gesehen. Ne, ihr habt es nicht gesehen, aber... Jetzt... Ja, gewährt wahrscheinlich auch nicht. Ich werd da. Ich hab gar keinen Überblick mehr. Ne, hä? Moment. Was war denn da? Habt ihr es gesehen? Ach so, noch ein Kuss. Ich bringe das einfach mal rein. So, und... Ah, das öffnet sich, ne? Ja, sehr schön. Okay. Dann gehen wir doch da mal rein. Nach fünf Minuten. Hallo? Ah, der greift mich an. Was, hier muss ich mit Chunky rein? Ach, das bleibt offen. Ich dachte schon, die stehen wieder auf. Okay, da muss ich mit Chunky rein. Und da muss ich was. Da muss... Da muss ich wohl rein. Da, ich muss wohl rein. Ja, ja. Der Deutsche ist da. Und da, Vorsicht, da kommt was. Da kommt was! Vorsicht! Ach, oh, okay. Das ging schon mal schnell. Mit der Blaupause. Dankeschön. Die letzte Blaupause von Donkey. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Hä? Ja, jetzt. Komm her! Ab! Ab, da kommt jemand. Das ist doch... Heute ist nicht mein Glückstag. Sonst habe ich alle Ballons immer direkt am Anfang getroffen. Und jetzt? Nein, was ist hier unten? Wasser. Wie gesagt, diese Welt hier kenne ich am wenigsten. Ich weiß weder, was für Aufgaben mich hier erwarten, noch, warum es hier geht. Ich kann mich an einen Aufgang noch erinnern. Nämlich, irgendwie wieder so eine Part, so eine Loren-Part. Oh, das ist eine Fee. Och, nee. Nichts, das schon wieder. Und noch eine... Ah, nee. Okay, wo ist denn die Fee? Da. Na, komm. Wie soll ich denn die fotografieren? Ich komm da... Ich komm nicht höher. Da geht's raus. Wie soll ich die denn fotografieren? Ach, das geht doch auch um Wasser. Was machst du? Tau auf! Wie komm ich denn da ran? Jo, jetzt ist sie wieder weg. Oh, jetzt ist sie. Sag mal was. Ja, jetzt. Okay. Mein Gott. Stell ich mich heute nur irgendwie so... Komplett. Ich, ja. So, und jetzt machen wir mal die Aufgang. Wo ist das Teil? Okay, das ist ja noch einfach. Ich werde verbrauchen, das Letzte. Hey, was ist das denn für ein Betrug? Das funktioniert nicht. Ihr habt das gesehen. Das hat genau getroffen. Sie verschwinden vorher. Was ist denn das für ein Betrug? Ich muss zuerst zu Funky. Funky. Ach, jetzt bin ich hier. Jetzt siehst du irgendwas. Hab ich doch gewusst, hiermit. Okay. Ja, anscheinend soll ich erstmal zu Cranky Funky. Und weil, was weiß ich noch. Und die Hälfte der Folge ist einfach vorbei. Wir haben gar nichts gemacht. Gut. Zuvor gehe ich allerdings erstmal mit Chunky. Noch da rein. Guten Tag. Und was ist denn das? Ist das der normale Weg nach oben? Ist das auch noch irgendwas? Hier sind auf jeden Fall ein paar Bananen. Und hier haben wir die Eins. Sonst geht alles noch weiter. Ich bin doch Hunger. Teleporter. Ein Pass. Ein Tauschfass. Geht's da überall hin? Okay, hier geht's hoch. Ich bin doch nicht. Ich bin doch nicht. Ich bin doch nicht. Ich muss ein bisschen höher, oder? Ich bin ganz richtig in der Facecam. Ich bin ja hier irgendwie nicht richtig, oder? Das war da unten. Jetzt gehe ich den kompletten Weg hier entlang. Hier ist die Blaupause. Hier ist, hier ist der Zweite. Okay, hier ist aus. Ich muss irgendwo runterspringen, oder? Ich gehe hier jetzt mal runter. Ich glaube, hier ist es nicht, aber das muss doch da hinten irgendwo sein. Wo war das denn? Ich weiß nur noch ganz genau, wie das aussah. Aber das war irgendwie... Ja, das war alles. Das finde ich jetzt eigentlich. Ich wollte gerade sagen, ach, da kann man ja gar nicht runterfallen. Ja, danke schön, jetzt bin ich wieder hier. Also, nee, ich glaube, ich lasse das heute mit dem Aufnehmen. Das funktioniert gar nichts. Das Problem ist aber auch, je heller es draußen ist, desto heller muss ich diese Lampe hier vor mir einstellen. Ach, hier ist es doch. So, Chunky, bitte. Jetzt ist schon wieder ein Bienen, mein Prinz. Ein, mein Vogel geflogen. Ja, ein Bienen an dem Prinz. Heute ist wirklich nicht mein Tag. Heute ist wirklich nicht mein Tag. Ach, hier ist der Köln. Hier sind ja gleich alle. Ach, nee, jetzt bin ich am Anfang. Egal, ich will zu dem Baum. Ich lasse das gleich wirklich. Ich nehme diese Folge hier auf. Die nächsten Folgen dann beim nächsten Mal. Eigentlich wollte ich Minecraft Borders aufnehmen, weil ich schon den ganzen Tag sehe, dass der Easy Gamer online ist, aber irgendwie nicht in Minecraft und nicht in Minecraft Borders. Wenn das jetzt wieder zu ist. Seit über einer Woche? Na, okay. Das stimmt bei euch nicht. Ach. Aber jetzt, wo ich das aufnehme, kam schon seit über einer Woche kein Minecraft Borders mehr. So, gucken wir mal. Was? Okay. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich brauche hier überall Junkies Ding. Mann, wie schnell. Ja, ja. Ich muss dringend zu Junkie. Ach. Zu Funky. Ich nehme heute wirklich nichts auf. Ich nehme heute gar nichts auf. Das ist die einzige Folge. So, ich meine, Funky wäre ganz oben. Das heißt, als nächstes nehmen wir uns jetzt Tiny. Nein, Lanky. Wir nehmen uns Slanky. Und stürzen ab. Nee, ich... Ich nehme heute wirklich nichts auf. Er ist gar kein... Er ist recht nicht Donkey Kong 64. Nimm dich nicht auf. Nee, nee. Okay. Jetzt müssen wir mal ein bisschen schneller machen. Düdl, 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 düdl. Okay, das gleiche, ich glaube ich erst mal. Ich dachte, der fliegt ein bisschen weiter. Ja, Hubsala. Ach. Was ist los? Heute ist kein guter Tag. Was ist da unten überhaupt? Ist da Bananen? Manchmal hat man einfach solche Trage. Da kannst du nichts aufnehmen. Du kannst nichts aufnehmen. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Und brauchen wir müssen hier natürlich mit Chunky rein. Ah, ich glaube hier ist... Ist hier irgendwas für Lanky? Hier ist doch diese Lohrenfahrt. Die mache ich heute nicht. Dann werde ich ja noch beklopper. Jetzt wird man schreien. Ja, nee. Nee, 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 nee. Da gehe ich jetzt nichts mal rein. Ich will jetzt erst Chunky. Zu. Zu Funky. Nicht Chunky. Funky. Funky. Das machen wir alles in der nächsten Folge. So. Äh. Die Blaupause. Die war... Nein. Da darf ich nicht mehr. Die war... Okay. Ich habe gar nicht mehr getötet. Ich täte schon irgendwelche Leute, ich weiß gar nicht, wann. Ich muss die Treppe rauf, ne? Wo war denn jetzt diese Blaupause? Wo kommt der her? Hier wartet doch, ne? Moment. Ist doch hier irgendwo jetzt. Da, mein Freund. Hallo. Es ist gar nicht donkig, letzte Blaupause. Die fehlt doch noch auf dem Reiterhof, genau. Die fehlt doch noch auf der Insel. Ach, mit der 2. Ich fasse es nicht so. Tiny ist die nächste hier. Ich erklimme jetzt erstmal diesen Turm. Wie viel brauchen wir? 400, ja. Heute ist wirklich nicht mein Tag. Zum Aufnehmen jetzt recht nicht. Ich hab das alle gemerkt. Das ist gut, dass ich heute kein Livestream gemacht hab, wenn ich das jetzt aufnehme. Einen Tag, wo ich das aufnehme. Ich hatte nämlich jetzt zuerst geplant, ein Livestream zu starten. Aber ich glaube, das lassen wir jetzt lieber. Nein, das möchte ich nicht. Das möchte ich aber. Den letzten Move. Super, super, primaten Power. Die Koopa, super, super. Na, war das nicht so. Ja, jetzt kannst du rote Schalter drücken. Das war's aber. Dankeschön. Nee, was ist denn das? Ach Gott. Ich weiß, als wäre ein Dinosaurier drunter. Das ist doch keine Echse. Museum, da kommt doch nicht rein. Ah, da ist er noch mit Tiny. Alles später. Was ist denn los? Ich bin gesprungen. Das ist für die, die. Die dann ist immer so ein Aufbau. Hier drin. Ach, nee, dreckig. Das kann doch nicht wahr sein. Ich, heute ist, ich, ich muss die Folge beenden. Ich muss heute diese Folge beenden. Ja, heute, wann auch sonst? Das tippt mir nicht. Ist ja, lauf an der Banane vorbei. Heute ist ja ein Horrortag. Ich flippe aus. Wo ist Funky? Ich will jetzt mit dem persönlich sprechen, bitte. Und wie viele Bananen sind die überhaupt? Ah, da sind wir oben. 50. Und der ist jetzt, äh, wo? Ne, da ist Neid. Gibt's hier Funky überhaupt? Ich dachte, der wäre hier oben. Werf mich doch gleich runter, oder? Da ist der vielleicht ganz oben. Wo ist Funky? Ich weiß es nicht. Ist mir vollkommen egal jetzt. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ne, schreibt es nicht. Denn, äh, ich, die nächste Folge nehme ich schon. Ja, das ist das passende Bild. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich beende diese Aufnahme-Session sofort. Und wir sehen uns dann bei einer. Bleib weiter. Dann lasst ihr ihn voll wieder. Tschüss, am besten. Die Facecam mache ich auch aus. Ich mache sie auch aus. Guckt euch das an. So, jetzt ist es besser. Ja, wie Sie schreiben. Vielen Dank.